Kurkuma Bei uns ist jetzt mal etwas Neues mit Kurkuma. Ein ganz schönes Gelb. Man kennt es vom Gewürz-Kurkuma. Von den Hauttypen her kann man es auch cool mit Auberginen oder Petrol kombinieren. Mit einem grünen, wie jemand einen kleinen hauen Hauttyp hätte. Es ist ganz cool auch mit Taschen zu kombinieren, die wir haben, eine Manufaktur von Italien. Ganz schöne Taschen und X Accessoire, die euch Freude machen für eine schöne Herbstung.